Drachen, MagierInnen, schönste Kostüme, grandiose HeldInnen und furchteinflößende Feinde. Fantasy-Serien sind und bleiben Fan-Favoriten. Deshalb kommen hier vier der besten Fantasy-Serien auf Amazon Prime. 1. Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht Die 2022 erschienene Serie bildet die Vorgeschichte zur bekannten Herr-der-Ringe-Trilogie. Hier erwartet euch eine prächtig inszenierte Welt mit faszinierenden ProtagonistInnen, die ein Vermächtnis hinterlassen werden, das noch lange weiterlebt. 2. Carnival Row – Als Menschen das Feenvolk unterdrücken und mysteriöse Morde die Spannungen anheizen, finden Cara Delevingne als Elfe und Orlando Bloom als Detektiv als Geliebte zueinander und ermitteln gemeinsam in einer krisengeschüttelten Stadt voller Fabelwesen. 3. Der Greif – Drei Außenseiter entdecken eine fantastische Welt, die vom Greif beherrscht und unterdrückt wird. Als einer von ihnen herausfindet, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann, beginnt der Kampf gegen das weltenverschlingende Monster. 4. Das Rad der Zeit – Diese Saga spielt in einer Welt voller Magie, zu der nur ein kreiserwählter Frauen Zugang hat. Als die Balance zwischen Licht und Dunkel für immer zu kippen droht, wacht sich eine von ihnen auf die Suche nach dem wiedergeborenen Drachen, der es mit dem Dunklen König aufnehmen kann. 4.